Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plura. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Farsch mich nicht. Wie es ist? Ich bin ein Fanclub von mir. Vertrauen Vertrauen